Herzlich willkommen zu Dental English To Go. Ich bin Sabine Nemetz und ich lade euch ein, mit diesem Podcast euer Englisch aufzufrischen. Ich möchte euch zeigen, dass es ganz leicht ist, sich im Praxisalltag auf Englisch zu verständigen. Jede Woche schauen wir uns eine bestimmte Situation in der Zahnarztpraxis an und trainieren die passenden Vokabeln und die richtige Aussprache. So, here is your weekly dose of language refresher. In today's lesson, we will dive in deeper into the subject of dental examinations. So, let's start! There are two reasons for a regular dental visit, the checkup and the professional teeth cleaning. Aus zwei Gründen sollten Patientinnen und Patienten regelmäßig eine Zahnarztpraxis aufsuchen – zur Kontrolluntersuchung und zur professionellen Zahnreinigung. At a dental checkup, the patient will in most cases see both a dentist and a dental hygienist. There are also pediatric dentists, who are specialized on dental care for children. A prophylaxis assistant or a dental hygienist are healthcare professionals trained to clean teeth and teach patients how to take good care of their teeth and gums. Explaining to a patient the need for a dental exam. Most adults and children need a dental checkup every six months. Some patients may need more frequent dental checkups if they have any of the following conditions, problems or diseases. If they have gum disease, if they have a tendency to develop a lot of cavities, if they have a family history of oral health problems, if they take medicines that make their mouth dry, if they have a health condition that can increase their risk for oral health problems like diabetes, heart disease, HIV disease, conditions that affect the immune system, if they smoke, if they are pregnant, which increases the risk for gum disease. How to help your patient to prepare for a dental exam. Do you have any specific health conditions? If you have an immune system disorder or heart problems, please ask us whether you need antibiotics. Do you feel anxious about going to the dental office? If your child feels anxious, tell us before your visit. We can discuss ways to help you feel more relaxed about getting dental care. How to discuss any risks of a dental checkup or teeth cleaning. There are very little risks to having a dental checkup. The professional teeth cleaning may be uncomfortable, but it's usually pain-free. Dental x-rays are safe for most people. The dose of radiation in an x-ray is very low. X-rays are not recommended during pregnancy unless it is an emergency. Are you pregnant? Could you be pregnant? Here is your overview of the vocabulary of this week's lesson. To prevent Verhindern, vorbeugen Anxious Ängstlich, angespannt Uncomfortable Unbequem Safe Sicher Pain-free Pain-free Schmerzfrei Radiation Strahlung Pregnant Schwanger Disorder Störung Condition Zustand Tendency Neigung Anlage Family 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 History Familiäre Vorbelastung Das war unsere Lesson für diese Woche. Nächste Woche sprechen wir über die Visuren Versiegelung. Wenn ihr noch mehr Dentalenglisch trainieren wollt, empfehle ich euch mein Buch Dental English, erschienen im Quintessenz Verlag oder auch die Fachzeitschrift Teamjournal. Hier findet ihr in jeder Ausgabe eine Übung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Es gibt jeden Montag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auf Instagram oder an podcast.at.wintersenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage goodbye and see you next week. Das war Dental English To Go mit Sabine Nemetz. Der English Podcast für den Praxisalltag. Ein Quintessenz Podcast.